Herzlich Willkommen alle Freunde, zurück zu Among Us. Wir sind zu neun heute. Und die labert so viel Leute. Ich bin schon wieder cool, mate. Aber Leute, ich hab Schach gespielt, ich hab gar nicht mehr dran gedacht, dass es noch Tasks hat. Conny ist diesmal nicht dabei. Ihr hattet also recht, für Tobys halbe Stunde abgab. Aber wie kann der Conny schon wieder sein? Er kann ja schon wieder sein. Kann ich auch nicht. Ich weiß nicht, dass so ein Dream Team ist. Kann jetzt leise sein, Alter. Nur leider. Okay. Okay. Ich dachte, da weiß ich jemand, dass Marco leise ist. Was willst du nur sagen? Lern. Also Aaron, das ist schon ein bisschen offensichtlich. Also Lern, du hast ihn direkt vor mir umgebracht. Ja. Was? Ich komm in den Raum rein. Noah steht am Terminal. Aaron steht neben der Leiche. Ich komm rein. Das stimmt überhaupt nicht. Ich hab Navigation gemacht und Marco kam von hinten rein. Du hast ihn dann umgebracht. Ja. Digga, mein Krippe hinter. Ich glaub, ich glaub Liam. Echt? Also ich weiß es nicht. Also ich hab Simon geglaubt. Äh, Aaron geglaubt. Ich bin weg. Tschüss. Ich hab mir schief gelaufen. Komm mal, Pfeil rein. Komm mal mit. Oh, das tut mir jetzt ein bisschen leid für ihn. Aber egal. Schade Leon. Ich weiß nicht, ob du es warst. Wir werden es irgendwann sehen. Aber auf jeden Fall ist es angeblich Aaron. Okay. Hallo. Also ich finde, Lexi ist ja jetzt tot, ne? Ich finde, wir sollten jetzt als Solidarität gegenüber Leon, Aaron jetzt rausschmeißen. Wie jetzt? Äh, und Aaron glaub ich... Ach ja, stimmt. Du bist ja Aaron. Du kannst bestätigen. Ich bin nicht beim Tester, ne? Äh, nein. Ich hab nicht drauf geachtet. Nur ob ich irgendwie... Nein, Spaß passiert. Hallo. Jetzt wird Aaron raus. Der ist die Imposter. Wenn's Leo nicht war. Hä? Das kann man doch nicht sehen. Das wird nicht angezeigt. Ja. Ich weiß. Und deswegen aus Solidarität werfen wir dich jetzt auch raus. Nein. Ja. Seh ich mich auch so, ja. Ne. Das... Und Knut, ne? Das merk ich mir da unten. Was ist denn? Äh, was ist deine Verteidigung, Knut? Ja. Ja, aber... Ja, aber... Okay. Ja, komm. Komm. Ich lauf jetzt nochmal herum. Und mache Task, ja. Äh, hier rein müssen wir. Och ne, Licht ist aus. Es ist immer sehr nervig. Ich glaub... Also... Ich denke, Knut ist es. Weil der wollte als einziges nicht Dings töten. Das ist schon sehr verdächtig, tatsächlich. Da war Knuti. Knuti kommt... Nicht wieder. Gut. So. Wir gehen jetzt mal nach links. Das ist Simon. Also vor Simon hab ich keine Angst. Ich hab eigentlich wirklich nur Angst vor Knut. Denn... Der kann's eigentlich nur noch gewesen sein. Der ist es wahrscheinlich auch. Oh, ich hasse diese Aufgabe. Ich hasse die. Die kann ich nicht. Och, ne. Ja, ja, ich komm. Ach... Warte, ich hab eh verkackt. Hier, komm, mach. Danke. Ich mach hier mal weiter hier. So. Düt. 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 Boah, Alter. Hier muss ich mich immer so konzentrieren. Schreck dich. Aber das geht noch. Oben? Och, gut. Und da. Och, das ist komplett. Krass aus. Eins. Zwei. Hä, Simon ist es? Ne, Noah. Noah ist es. Le? Es ist gar nicht Knut. Oh mein Gott, ich dachte es wär Knut. Ich war mir so sicher, dass es Knut ist. Ähm. Ja. Die Leiche liegt bei einem Reaktor. Yo, what? Äh. Ich schwem und atmen rum. Was geht denn bei euch ab? Ne, ich war atmen rum und ich war im Tester. Das heißt, ich weiß nicht. Ich war in diesem LED-Testing. Ah, Noah, was sagst du, wer es war? Äh. Ne. Es ist nur die elektrischen Zeit, also. Gut, was sagst du, wer es war? Absolut. Keine Ahnung. Weil ich keinen von euch gesehen hab. Ja, das ist es. So. Also. Ich hab. Wären die Weise entscheiden. Beim Reaktor. Äh. Wo war der letzte, der vom Reaktor gekommen ist? Aber ich trau nur nicht zu, dass. Mach nichts. Ich war, ähm, Dingens. Ich war schon beim, beim Wettding da, war ich in diesem Test. Hm. Noah, wo bist du lang gegangen? Ganz schnell. Ja. Ich bin. Ja da an dir vorbeigegangen. Und dann bin ich zu der Task im Reaktor gegangen. Zu der da. Links. Oben. Wann bist du an mir vorbeigegangen? Also, der ist nach rechts und dann wir nach links oben. Ähm, ich hatte in der Cafeteria was gemacht und dann bin ich hier zurückgegangen. Ja, wir können einfach nur geraten. Nein, nein. Wenn wir jetzt skippen, dann töten wir einfach. Nein, wir skippen auch nicht. Wir töten einfach irgendwen. Äh, was? Ich hab's nur keine Ahnung mehr. Wir müssen irgendwie rausholen. Ich bin jetzt einfach zu Nord. Ich bin jetzt einfach zu Nord. Ich bin einfach zu Nord. Ich hab's nur noch. Ich hab's nur noch. Ich hab's nur noch. Ich hab's nur noch. Ich hab's nur noch einen Aufgang gemacht. Ich wüsste nicht, was war. Das war die wildeste Unterschiede. Ich kann mal den so kacke sein. Wie klar? Hä? Wo solltest du das denn wissen? Ich hatte ihn nicht einmal mehr gesehen. Nein, aber insgesamt. Leon accused er Aaron. Alle glauben Aaron. Wir haben da Lachkrampf gesperrt, dass ich ausrede. Ich klage Aaron und Noah. Noah steht am Terminal. Aaron killt ihn. Und Aaron sagte, Leon war hier mit einem halben Lachkrampf. Verringt dabei fast, Alter. Alle glauben Aaron. Wir haben da irgendwen einfach genommen. Das war so lustig. Ja, Leute. Das war's hier mit Dingsbums. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Und ciao.